Doborock Ein verdammt cooler Hund Und dieses Spiel hatte ich tatsächlich schon mal gespielt gehabt Und ich denke mal aus diesem Spiel kann man auch gut einen Let's Play daraus zaubern Wenn es dann mal weitergehen würde Alles klar, das war jetzt ein Fail, aber ist mir wurscht So, okay, herzlich willkommen zu Clone Drone in the Danger Zone Das ist ein Spiel, was so ein bisschen wie, okay, ich kämpfe jetzt mit meinem Lichtschwert One vs. One so, in dem Sinne Ist nur, dass man, dass das Ganze, ja, Low Poly, bisschen Pixelgrafik ist Und, äh, dass man hier Roboter spielt Und, ja, es gibt verschiedene Spielmodi Es gibt den Story-Modus, den Adless-Modus Das ist wie eine Challenge, ne, endlose Wellen Äh, neue, andere Challenge Man kann sogar selber Levels machen, das ist echt cool Twitch-Mode Okay Äh, ja, das Spiel habe ich auch von den Entwicklern zur Verfügung gestellt bekommen Echt geil, danke So, und Wir starten mal eine neue Story Oh, und es geht schon los, Leute So, echt geil mit der Zeitgruppe, wie die da auch, äh, zersägt werden und so Ist echt cool Echt cool gemacht Also, das Spiel macht wirklich Spaß So, ich kann auch upgraden Okay Ich kann mir das aussuchen Möchte ich einen Jetpack haben Möchte ich einen Life haben Einen Kick Einen Bogen Oder mehr Energie Ich möchte Pfeile blocken erstmal Also, bleibt bei Äh, meinem Schwert Go fight Das hat jetzt eigentlich schon die Story Die können auch zersägt werden Das ist wirklich so eine Challenge So in der Arena So mit Schwertern Und Robotern Echt cool Oh, der hat keine Beine Und nur noch ein Bein Aha Da macht er nix gegen mich Meine Lieben Apropos Bogen Ich gönne mir auch mal einen Bogen Man kann skillen, was man will Mal einen schicken Bogen jetzt hier Ist doch cool, oder? Oh, gleich sechs Ah, die haben ja alle einen Bogen Ach, du Scheiße Oh Gott, ausweichen Wenn ich jetzt getroffen werde, ne? Oh Gott, das ist mit dem Bogen richtig schwer Oh, Alter Grügenwalder Hab ich Ich hab dich Alter, dich darfst du hier überhaupt nicht treffen lassen Kopf ab Haha Wie geil Ich glaube, ich sollte ein bisschen gegen Pfeile skillen Oh, das ist so cool, wie die einfach zerfetzen, ne? Oh, der hat gerade seinen Teammember umgebracht Instant, gucke mal Er ist versteinert, weil er einfach Weil ich ihn einfach Mit dem Bogen erledigt habe Macht echt Spaß, das Spiel Also rufen wir mal für zwischendurch Wenn es das im Match-Spiel irgendwann geben sollte Ich werde euch auf dem Laufen halten Also hätte ich richtig Bock drauf mit irgendwem So, Upgraden Wie gesagt, ich meinte hier Block Errors Möchte ich gerne skillen Ja, man weiß ja nie Ja, kriegt man dann noch einen Pfeil ran Und dann ist es vorbei Oh, und auch immer anders aufgebaut, alles Hab ich dich? Jawoll, Alter Ich hab's richtig raus, Leute Komm her Ich erledige dich, mein Lieber Oh Gott Ich hab ein Schwert da Ich hab den Pfeil geblockt Ich darf mich auch nicht einmal treffen lassen, ne? Drei gegen einen, ey Ich glaub's ja wohl Treff ich? Der ist gesprungen, Alter Ich will den von hier unten erledigen, bitte Oh, komm schon, komm schon, komm schon Streng dich an, Simi Ja, nice Ach, der lebt sogar noch Der lebt noch, Alter Oh Gott, bald wär ich verreckt Das war echt knapp, verdammt Der springt auch immer drüber, mein Pfeil, ne? Den kann ich nur so erledigen Ich komm da gar nicht hin Ich block den Pfeil einfach jetzt mal Aua Was war das denn? Bestimmt den Gegner getroffen, ne? Oh, zerteilt Die Roboter auch immer So ein Spiel hab ich mir schon mal gewünscht, ne? Erinnert mich auch ein bisschen an Star Wars, irgendwie Mit dem Lichtschwert hier So Jetzt kann ich auch kicken Ah, auf rechts klick, okay Auf rechts kann ich das jetzt zurücktreten Ich hoffe, das ist jetzt mal die Story Weil wenn ich jetzt irgendwie verlasse Hab ich das Die Angst Dass sich das nicht speichert Bist du denn, Alter? Voll der König Hallo Alter, was bist du denn? Ne, wir kämpfen jetzt einfach mal gegen eine Spinne Zurück mit euch Oh, die wurden voll weggesprengt Alle besamt Aua, nein Scheiße Wenn du einmal auf dem Boden liegst, ne? Oh, guck mal Ich seh anders aus Ich hoffe, ich darf gleich weitermachen Wie? Jathlent Roman Okay Ne, aber meine Sachen haben sich nicht gespeichert Ähm New Game Also, ich verstehe Sobald du wirklich Game Over bist Ist es vorbei Nick Payne Ja, gut Dann versuchen wir es nochmal, Leute Das ist echt schwer Also, wenn man nicht einmal sterben darf Dann ist das echt schon Sehr hart Wir gucken mal, wie weit wir kommen Und was ist, wenn du jetzt kurz vorm Ende bist und verreckst Dann wird ein neuer Roboter erschaffen Dein anderer ist dann Tot Wird gar kaputt Und dann geht's hier von vorne los, wa? Ich spiel diesmal ein Feuerschwert Ja, cool Schmeckt echt cool aus Okay Ablauf ist immer dasselbe Ich weiß nicht Das wäre auch eher, glaube ich, der Challenge-Modus was für mich Alter, er bringt einfach seinen eigenen Member um Alter Alter, alter Bogen Wie gesagt, wir gucken uns den Story-Modus mal an Ich denke mal Es ist auch kein richtiger Story-Modus, weil Ich meine, der Ablauf ist immer dasselbe Ich weiß nicht, darf man wirklich nicht verrecken? So? Ist echt ein bisschen hart, finde ich dämlich In die Eier Das ist einfach so geil, das macht so Spaß Wir schauen mal, wovor wir jetzt noch kommen werden Ich werde mich mal anstrengen, dass ich nicht verrecke Ach Ich verstehe, Leute Ich bin echt blöd Ich hätte mir ein Extra-Life kaufen müssen Denn dann Wäre ich natürlich weitergekommen Jetzt Es stellt sich mir die Frage Das wird bestimmt speichert, solange ich nicht tot bin Kann ich da weitermachen, wo ich zuletzt aufgehört habe Nur die Sache ist halt die Man braucht natürlich immer Extra-Life Aber sonst ist es schnell mal vorbei Und Ja, dann Hast du Pech gehabt, sag ich mal, ne? Welender Probier jetzt mal zu überleben Ich hätte mir natürlich als allererstes ein Extra-Life holen müssen Weil Es kann wirklich schnell vorbei sein Das ist noch nicht mal schwer jetzt hier Aber der Mit dem Boss da, ne? Da brauchst du auf jeden Fall noch ein Life Schade Ich bringe jetzt erstmal ihn hier um Jetzt wird geballert Scheiße Ja, scheiße, Mann Kann er mir wenigstens nicht sprengen hier So, da kommt der Boss wieder Vielleicht komme ich auch richtig weit Ich meine, so schwer kann es ja nicht sein Ganz wichtig Extra-Leben Wie oft kann ich mich denn klonen? Fünfmal nur Also fünf Leben habe ich im Grunde genommen Und dann ist es vorbei Nein, mein labert da nicht nochmal Instant kaputt Instant ins Herz geschossen Kann man sagen Dann bringt euch doch erstmal gegenseitig um Alter, er hat einfach Er hat einfach abgewehrt Er wird bestimmt richtig schwer, ey Scheiße, Spinne habe ich jetzt umgebracht Er hat bestimmt noch diese Beine von der abhacken können Kann ich mir gut vorstellen Gut, jetzt sind wir schon mal weiter als vorher Das ist schon mal sehr gut So, was skill ich denn jetzt Ähm Oh Jetpack Ne, den Kick Skill ich nochmal Ich hätte das früher schon mal gespielt gehabt Früher schon mal auf dem Schirm Hat sich nicht wirklich viel verändert Alles klar Da kommen sie Es wird halt immer schwieriger Und hier raus Aber jetzt sollte ich auch mal hören, ne Das macht das echt Spaßig Alter, ihr müsst aufpassen Die hauen richtig zu Die hauen richtig zu Man kann auch in drei verschiedene Richtungen schlagen Einmal nach vorne Nach links Nach rechts Dodge War eigentlich ganz easy So Das sieht man schon mal in der Gesichtsmaske, ne Zwei Energiecontainer Das ist sehr gut Also ich sterb mich gleich beim ersten Mal Ich hab also so gesehen Zwei Schläge kann ich aushalten Also einen zumindest dann Oh, nicht schön, wenn er diese scheiß Viecher, ne Sehr geil Oh, die Spinne geht auch gleich mal sterben Scheiße Ach du Scheiße Was ist denn hier los Oh, die geht auch nicht down, ne Ich lebe dir jetzt mal die Füße ab, meine liebe Spinne Scheiße, ey Oh, oh Gott Oh Gott Ein Leben hab ich schon mal verloren Hätte ich jetzt kein extra life, ne Oh, das gibt's doch nicht Scheiße So ein Dreck, ey Ja, okay Ja, okay Ich kann mich nur fünfmal klonen Oh, ist das assi, ey Und vor allem, wenn ich das jetzt kaputt Wenn ich das jetzt verhaue Dann darf ich ihm alles von vorne machen Aber zumindest speichert sich das Das ist sehr gut Oh Mann Ey, jetzt geh doch mal kaputt, du elende Spinne Das gibt's doch nicht Nein Nein Ja, als ob, Leute Meine Fresse Als ob ich jedes Mal, wenn ich auf dem Bowling nichts mehr machen kann Tolle Wurst, ey Ah, meine Güte, ey Das war der Story-Modus, Leute Ich glaube Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir mal den Okay, Challenges Challenges hätte ich natürlich auch mal Bock Workshop-Challenges Sehr geil Ich hab mir richtig Bock auf, äh, auf Challenges Und das ist natürlich der Endlos-Modus Wir machen beim nächsten Mal die Challenges Der Story-Modus ist ein bisschen Naja, immer dasselbe so Und wenn du mal verkackst, dann darfst du alles von vorne mit einem neuen Roboter spielen Ähm Finde ich ein bisschen doof irgendwie Aber gut, Leute Wir sehen uns dann beim nächsten Mal